Ein großer Tag für Rafael. Der 23-Jährige kauft ein neues Auto, für umgerechnet 33.000 Euro. Anschaffungen wie diese sind zunehmend normal für Brasiliens aufstrebende Mittelschicht. Die Bevölkerungsgruppe wächst ständig und auch ihre Kaufkraft steigt. Jedes Jahr verkaufen wir mehr Autos. Es geht um die allerneuesten Modelle, sehr attraktive Autos. Und weil die Einkommen jedes Jahr steigen, haben mehr Leute Zugang zu diesem Markt. Sie haben den Wunsch und auch die Möglichkeit, ein neues Auto zu kaufen. Bis zu 10.000 Neufahrzeuge kaufen die Brasilianer jeden Tag. Umsatzrekorde verzeichnen nicht nur die Autohäuser. Hochbetrieb herrscht auch in den Elektronikmärkten. Haushaltsmaschinen wie Hightech-Spielzeuge verkaufen sich fast von selbst. Das liegt auch an einem leichteren Zugang zu Krediten. Der scheidende Präsident Lula hat das durchgesetzt. Seine Nachfolgerin Dilma will diese Politik fortsetzen. Innerhalb der letzten Jahre ist es viel einfacher geworden, alles zu kaufen. Vor zehn Jahren bekam man kaum Kredit. Heute ist das Leben viel einfacher. Dilma hat versprochen, Lulas Politik fortzusetzen. Wir werden sehen. Lula. Ihm schreiben viele den Boom in Brasilien zu. In seinen beiden Amtszeiten kamen mehr als 20 Millionen Brasilianer aus der Armut. 29 Millionen stiegen in die Mittelschicht auf. Die weltweite Krise scheint an Brasilien vorbeigegangen zu sein. Die Wirtschaftsleistung wächst dieses Jahr um sieben Prozent. Volkswirte sehen hinter dieser Erfolgsgeschichte nicht bloß einen guten Präsidenten. Zunächst einmal kommt die wirtschaftliche Lage dem Lande zugute. Für günstige Bedingungen hat aber auch die Vorgängerregierung unter Enrique Cardoso in den acht Jahren zuvor gesorgt. Sie hat die Wirtschaft stabilisiert, Kinder in die Schule geschickt und Lula hat dies fortgesetzt und Projekte wie das Familienstipendium hinzugefügt. Also 16 Jahre gute Regierung und günstige äußere Bedingungen. Lula tritt ab. Dilma soll nun für mehr Wachstum und weniger Armut sorgen. Eine große Herausforderung für das Schwellenland mit den weltweit größten Unterschieden zwischen Arm und Reich.